Seit dass der Anwaltspiel draußen ist, haben Leute angefangen es zu speedrunnen. Und niemand anderes als kein Part 2 ist halt einfach der heftigste Speedrunner. Weil wir heute die 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt haben, werde ich zur Feier des Tages einen Livestream machen und versuchen, wieder den Lawyer's Legacy Speedrun Weltrekord zurückzuholen. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet um 16 Uhr ein.